Jetzt sehen Sie ein Dach. Ein Dachzimmer. Ja schön, größer ist unser Zimmer auch nicht. Das ist schön, du. Wasserkocher, Fernseher, Minibar. Minibar ist unterm Fernseher. Ja. Ja, schön. Ja, Wahnsinn. Toll. Ja, gestern mal dran gezogen, hat festgestellt, dass das schon gut ist, dass ich nicht brauche. Das ist schön. Wie heißt denn das Nachbarhotel?